was ist da los was ist da los okay es blendet mich die sonne nicht mehr auf jeden fall das ist ein kleines infovideos warum derzeit keine videos kommen weil ich Robert Downey Jr. bin ein gespielter lacher ja keine ahnung ich bin irgendwie kollektives corona down keine ahnung zu energielos um videos zu machen aber ich schau dass spätestens übernächste woche also nicht nächste woche übernächste woche wieder videos kommen regelmäßig ich schau dass ich mich fit mache einfach mental wieder fitter bin körperlich auch ich muss wieder trainieren bleibt mir nichts anderes übrig aber ich hoffe euch geht's gut alle genießen ihre freizeit hoffentlich seid's gesund und ja freut euch auf die videos wenn sie wieder kommen joo das war's eigentlich schon wieder mit mir ha das schaut doch hübsch aus na schaut egal auf jeden fall peace out und bis zum nächsten video küschen geht raus